Musik Herzlich Willkommen zu einem neuen Tutorial und heute zeige ich dir, wie du einen eigenen Händler erstellen kannst. Das heißt, dass wir dann am Ende einen Villager oder einen Händler haben, bei dem wir dann halt am Ende diese Trades oder diesen Handel halt selber einstellen können. Und ich würde sagen, ich verschwende gar nicht eure Zeit und wir legen direkt los. Um diesen Villager zu erstellen, werden wir eine ganz tolle Webseite benutzen, welche es uns deutlich vereinfacht, diesen Villager zu erstellen. Die Webseite nennt sich mcstacker.net. Ich verlinke die euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Und hier können wir jetzt diesen Villager zusammenstellen. Zuerst müsst ihr einmal herausfinden, in welcher Version ihr Minecraft spielt. Dazu geht ihr in irgendeine Welt und drückt dann einmal F3 und schaut dann oben in der Ecke, welche Version ihr habt. Zum Beispiel hier steht Minecraft 1.16.4. Das heißt, ich spiele aktuell in der 1.16.4. Und diese Version müssen wir noch einmal auf dieser Webseite einstellen. Wenn ihr in der neuesten Version spielt, dann müsst ihr gar nichts machen. Wenn ihr aber in einer älteren Version spielt, dann müsst ihr einmal nach unten scrollen, bis ihr diesen Satz hier findet. Und am Ende vom Satz steht All Here. Auf dieses All Here klicken wir einmal drauf. Und dann finden wir hier alle Links zu den Webseiten für die richtige Version. Wir sehen, hier sind die Versionen aufgelistet. Aber uns fällt auf, wenn wir die 1.12 oder älter sehen, dann haben wir hier mcstacker.bimbima oder bimbima.com. Da war die Webseite noch ein bisschen anders. Ich gehe hier mal beispielsweise auf das von der 1.12 oder 1.11 und da sehen wir, das sah noch ein bisschen anders aus. Aber es funktioniert ziemlich ähnlich wie das bei neueren Versionen. In dem Video werde ich es jetzt aber einfach mal mit der 1.16 machen. Wichtige Info noch. Es funktioniert nur mit der Java Edition. Es funktioniert nicht mit der Bedrock Edition. Das heißt, es funktioniert nicht auf dem Handy, es funktioniert nicht auf der Playstation. Es funktioniert wirklich nur am PC in der Java Edition. Los geht's mit einmal diesem Knopf hier oben und zwar Slash Summon. Hier können wir so verschiedene Befehle aussuchen. Wir möchten aber ein Slash Summon Befehl machen. Wenn wir das einmal angeklickt haben, dann öffnet sich weiter unten dieses blaue Fenster, wo wir dann erstmal die Entity auswählen. Das heißt, das etwas, was wir beschwören möchten. Also den Villager oder den Händler. Allerdings ist hier alles auf Englisch. Das heißt, wir geben das auch auf Englisch hier ein. Hier in dieses Filterfenster geben wir jetzt einfach einmal Villager ein, beziehungsweise bis es hier einfach ausgewählt wird. Wir haben hier den Villager. Einmal auswählen. Fertig. Und genau, dann gehen wir hier ein bisschen weiter nach unten. Hier können wir jetzt einige Einstellungen treffen. Und zwar wählen wir jetzt folgende Einstellung einmal aus. Wir wählen bei No Gravity True. Wir wählen bei Silent True. Wir wählen bei Invulnerable True. Dann gehen wir auf die andere Seite. Und zwar wählen wir hier noch einmal No AI True. Kurz um es euch zu erklären, was machen die Einstellungen? Einmal No Gravity macht, dass es keine Schwerkraft für diesen Villager gibt. Das heißt, wenn wir den Block unter ihm abbauen, dass er nicht nach unten fällt. Wenn ihr es jetzt zum Beispiel auf Unset macht, dann fällt er nach unten. Das heißt, wenn ihr wollt, dass der Villager auch nach unten fallen kann, dann lasst ihr das weg. Wenn ihr hier True macht, dann bleibt er schweben, auch wenn wir den Block unter ihm abbauen. Dann gibt es einmal Silent. Das ist eigentlich klar, was es macht. Und zwar, dann macht der Villager keine dummen Geräusche mehr. Also wenn wir das auf True machen, dann hört er auf, solche Geräusche zu machen. Wenn ihr wollt, dass er Geräusche macht, lasst ihr es, wie gesagt, auf Unset. In Vulnerable macht, dass wir ihn im Survival-Modus nicht töten können. Das heißt, wir können ihn nicht schlagen. Das ist ganz sinnvoll. Wenn ihr wollt, dass man ihn schlagen kann, wie gesagt, lasst es auf Unset. Und bei No AI haben wir noch einfach die Einstellung, dass er nicht wegläuft. Jetzt haben wir erstmal die wichtigsten Einstellungen für diesen Villager getan. Und jetzt wollen wir natürlich erstmal den Handel festlegen. Dazu scrollen wir ein bisschen weiter nach unten, bis wir den Punkt Trades finden. Diesen finden wir einmal hier. Und da gibt es so ein Pluszeichen und so ein Fragezeichen. Und wir drücken auf das Plus. Dadurch öffnet sich hier jetzt so ein kleines neues Fenster. Und hier können wir jetzt einen Trade oder einen Handel festlegen. Hier haben wir jetzt einmal die drei wichtigsten Punkte. Und zwar einmal Buy, BuyB und Sell. Was bedeutet das jetzt? Das ist eigentlich extrem einfach zu erklären. Und zwar haben wir einmal Buy, BuyB und Sell. Buy und BuyB muss man beides bezahlen, um Sell zu bekommen. So einfach ist es. Wenn man bei BuyB nichts Sinn macht, dann muss man nur Buy bezahlen, um Sell zu bekommen. Also es ist eigentlich super einfach. Das heißt, wir können jetzt hier hingehen und einmal auf Edit Item klicken. Und dann auch hier wieder beim Filter auswählen, was wir haben wollen. Zum Beispiel ein Gold Ingot. Das heißt, ich schreibe jetzt einmal hin Gold. Und dann kann ich hier jetzt auswählen, was es sein soll. Und zwar ein Gold Ingot. Das heißt, so ein Gold Barren. Und den kann ich jetzt hier sagen, wie viele wir brauchen. Das heißt, bei Count schreibe ich hier wie viele. Zum Beispiel einer oder zwei oder drei. Je nachdem, wie viele wir haben wollen. Dann, ich nehme in dem Fall jetzt einfach mal zwei. Und das gleiche mache ich dann für BuyB und Sell. Das heißt, wenn ich sagen möchte, okay, für BuyB möchte ich, was weiß ich, einen Obsidian haben. Dann wähle ich hier Obsidian aus. Und dann soll man am Ende ein Diamantschwert, also ein Diamond Sword bekommen. Dann kann ich das so auswählen. Ich sage zweimal Gold, dann einmal Obsidian. Wenn ich nichts hinschreibe, ist es immer nur einmal. Und ein Diamantschwert soll dann am Ende rauskommen. Dann drücke ich hier einmal auf Copy. Dann kopieren wir uns einmal den Command. Und dann gehen wir einfach zurück in Minecraft und müssen hier diesen Befehl einfügen. Und das machen wir in einen Command Block. Dazu gehen wir einmal diesen Command hier ein. Und zwar Slash GIF. Dann euer Spielername in Minecraft. Und hinten dran Command Block. So geschrieben. Einfach so abtippen und Enter drücken. Und dadurch bekommen wir diesen Command Block. Den können wir jetzt einfach irgendwo hinsetzen. Einen Rechtsklick drauf machen. Und dann Steuerung und V drücken. Dann wird dieser ganz lange Command da eingefügt. Wir können da mal ganz kurz durchscrollen. Wir sehen, wir haben hier Summon Villager. Und dann hinten dran ganz viel Zeug. Und ja, dann drücken wir einmal auf Don. Und jetzt brauchen wir einen Hebel. Und den setzen wir einmal nebendran. Und legen ihn einmal um. Und wir sehen, unser Villager ist da. Hebel. Und den Command Block können wir abbauen. Jetzt sehen wir, der schwebt so doof in der Luft. Darum werden wir uns gleich kümmern. Aber wir können schon mal gucken. Und er verkauft für 2 Gold und 1 Obsidian ein Diamantschwert. Können wir auch einmal kurz testen. Hier Gold und Obsidian. Ich klicke drauf und kann mir jetzt Diamantschwerter kaufen. Jetzt sehen wir nur folgendes. Ich kann mir nur 4 Schwerter kaufen. Und danach ist schon Schicht im Schacht. Dieses Limit werden wir gleich auch noch entfernen. Aber zuerst kümmern wir uns mal noch um das andere Problem. Denn er schwebt hier in der Luft. Und das ist total nervig. Deswegen müssen wir eine Kleinigkeit noch hinzufügen. Und zwar scrollen wir auf der Webseite einmal nach ganz oben. Und gehen hier zu diesen Summon Coordinates. Und da gibt es einmal dieses Feld. Mit hinten dran so eine komische Welle. Da drücken wir einmal drauf. Und dann sehen wir hier in dem Feld stehen jetzt 3 so Wellen. Und hinter die zweite Welle schreiben wir einmal 0.5. Wichtig ist, ohne Leerstelle einfach direkt hinter diese Welle. Und wenn wir uns jetzt nochmal den Command kopieren. Das heißt nochmal auf Copy drücken. Und dann einmal in Minecraft gehen. Dann können wir das wieder in den Command Block eingeben. Das heißt wir holen uns nochmal einen Command Block. Setzen den auf den Boden. Und fügen dann hier einmal unseren Command ein. Und wenn wir jetzt hier mit einem Hebel den Command Block einmal aktivieren. Dann sehen wir, der Villager spawnt auf dem Command Block oben drauf. Und da der im Boden ist. Dann können wir den nochmal austauschen im Boden. Dann steht er nämlich richtig auf dem Boden. Und schwebt nicht mehr in der Luft herum. Das andere Problem, was wir hatten, war ja, dass er irgendwann aufhört, das Zeug zu verkaufen. Er soll es ja unendlich verkaufen. Unendlich ist nicht möglich, aber es gibt diese Max Users. Das heißt, wie oft getradet werden kann. Und hier gehen wir einmal auf dieses Fragezeichen. Denn hier wird uns das Maximum angezeigt, wie oft getradet werden kann mit diesem Villager. Und dann kopieren wir uns jetzt einmal diese Zahl. Also markieren die, drücken STRG und C, gehen auf OK, klicken in dieses Feld hier rein und drücken STRG und V. Dann sollte diese Zahl da drin stehen. Und wenn wir uns jetzt diesen Command nochmal kopieren und ihn dann einfach wieder in Minecraft einfügen. Und dann einmal noch den Command Block aktivieren. Dann haben wir jetzt erstmal einen Villager, der soweit funktioniert. Jetzt zeige ich euch nochmal ein paar Einstellungen, die optional sind. Die aber trotzdem ganz sinnvoll sein können. Die allererste Einstellung, was ihr gerade schon merkt, ist, dass er in die falsche Richtung guckt. Wie können wir ihn also drehen? Um den Villager einmal zu drehen, schauen wir ihn mit diesem Fadenkreuz an. Das heißt, das Fadenkreuz muss auf den Villager gerichtet werden, sodass wir ihn angucken. Und dann öffnen wir einmal den Chat und geben ein, slash execute. Dann machen wir einmal as, machen eine Leerstelle und dann gibt es hier so eine ganz lange Zahl. Diese Zahl klicken wir an. Dann machen wir eine Leerstelle, add, dann nochmal diese Zahl. Und dann geben wir ein, tp, run, tp, add s, so. Und dann machen wir einmal eine Welle, noch eine Welle und noch eine Welle. Und dann nochmal eine Welle und nochmal eine Welle. Und diese hinteren beiden Wellen werden dann grün. Und hinter die erste grüne Welle schreiben wir eine 90. Und dann kann ich jetzt einmal den Befehl eingeben und der Villager dreht sich um 90 Grad. Das ist noch falsch rum, das heißt, ich gebe den Befehl jetzt nochmal ein. Ich drücke einfach T, drücke die Pfeiltaste nach oben, dann kriege ich den Befehl einfach nochmal und drücke Enter. Dann dreht er sich nochmal, nochmal Chat öffnen, Pfeiltaste nach oben, Enter. Er dreht sich nochmal und jetzt guckt er in die richtige Richtung. Noch eine Sache, die den einen oder anderen stören könnte, ist, dass wenn wir mit ihm handeln, da oben diese Bar verläuft. Und er dann sozusagen auf ein neues Level kommt. Das ist ziemlich nervig. Und was der ein oder andere auch als nervig empfinden könnte, ist, dass man immer XP bekommt, wenn man mit dem handelt. Denn, wenn ich mal ziemlich viel kaufe, dann sehen wir schon, hier flubbern überall diese XP-Gulen rum. Und die können wir auch deaktivieren. Um einmal die Leiste oben zu deaktivieren, müssen wir dieses Level hier einmal, da können wir einmal da drauf drücken. Und da steht, if setting to 99, also wenn man das auf 99 setzt, dann wird es nicht mehr angezeigt. Das heißt, wir gehen hier einmal drauf und setzen das Level auf 99 und dadurch wird es nicht mehr angezeigt. Und wenn wir wollen, dass wir kein XP bekommen, dann gehen wir hier auf Reward EXP und setzen das auf No. Dann bekommen wir kein XP mehr. Jetzt haben wir hier einen Villager, der genau einen Trade hat. Aber viele von euch werden wahrscheinlich auch mehrere Trades haben wollen. Das heißt, ich zeige euch mal ganz schnell noch, wie wir hier mehrere Trades hinbekommen. Dazu gehen wir hier einmal auf dieser Webseite zu diesem gelben Kasten hier, wo wir den ersten Trade haben. Und klicken auf dieses grüne Plus, was hier oben links in der Ecke ist. Das heißt, wir klicken da einmal drauf und dann scrollen wir weiter nach unten. Und dann sehen wir, unter diesem einen gelben Kasten ist ein neuer gelber Kasten. In dem wir dann wieder das gleiche machen können, wie im ersten gelben Kasten, nur mit anderen Items. Wenn wir noch einen neuen Trade haben wollen, klicken wir nochmal auf das Plus. Und dann kommt da drunter nochmal ein neuer gelber Kasten. Und so könnt ihr das bis ins Unendliche weitermachen. Außerdem wollen oft viele das Aussehen vom Villager verändern. Das geht ziemlich einfach. Und zwar gehen wir dazu nochmal auf die Webseite und gucken einmal hier unter dem Punkt Profession und Type. Diese zwei Zeilen sind für das Aussehen zuständig. Profession, damit können wir sozusagen festlegen, was für einen Beruf er hat. Ich würde euch empfehlen, da einfach mal so ein bisschen rumzuprobieren. Aber zum Beispiel bei einem Farmer hat er dann einen Strohhut auf. Oder bei einem Kartographer hat er dann so ein komisches. Da könnt ihr einfach mal die verschiedenen Designs durchprobieren. Aber zum Beispiel bei einem Farmer hat er dann einen Strohhut auf dem Kopf. Oder zum Beispiel bei einem Librarian, also der, der in der Bibliothek arbeitet, hat er so einen komischen Hut auf dem Kopf. Könnt ihr einfach mal durchprobieren. Dann bei Type, da könnt ihr zu den verschiedenen Biomen das Aussehen ändern. Zum Beispiel könnt ihr das, wenn ihr ein Dorf in der Wüste findet, also ein Desertdorf, dann sehen die ein bisschen anders aus, als wenn ihr ein Dorf im Dschungel habt. Das heißt, da könnt ihr euch auch mal ein bisschen ausprobieren. Wir können dem Villager auch einen eigenen Namen verpassen, was ganz witzig aussieht. Und zwar gehen wir dann einmal hier auf Custom Name Visible True. Dann wird dieser Name immer angezeigt und steht immer oben drüber. Wenn ihr das auf Unset lasst, dann wird der Name nur angezeigt, wenn ihr mit der Maus auf den Villager drauf schaut. Ich würde das aber auf True machen, dann wird der Name die ganze Zeit angezeigt. Und dann gibt es hier den Knopf Custom Name. Dann drücken wir mal auf dieses S. Und dann wird uns hier ein größeres Fenster angezeigt. Und hier können wir jetzt bei Value, also hinter Value, da ist dieser Kasten, da schreiben wir jetzt einmal den Namen rein. Ich nenne jetzt mal ganz langweilig Händler. Hier sehen wir die Vorschau, wie das dann aussehen wird im Spiel. Das heißt, aktuell ist einfach nur eine normale Schrift. Dann können wir bei Color die Farbe auswählen. Zum Beispiel können wir es dunkellila machen. Oder wir können Hexcode eingeben. Das heißt, ihr könnt dann einfach hier draufklicken und an euch hier die gewünschte Farbe auswählen. Oder ihr nehmt halt hier eine von diesen voreingestellten Farben. Dann gibt es hier den Knopf Schriftart. Aber das funktioniert nur, wenn ihr ein Texture Pack drin habt. Das heißt, das würde ich erstmal weglassen. Aber hier sind nochmal so ein paar ganz interessante Punkte. Und zwar Bold, das heißt dick gedruckt. Wenn ihr auf True macht, dann ist dick gedruckt. Oder Unsight ist halt nicht dick gedruckt. Das heißt, ihr könnt dick gedruckt machen. Ihr könnt es schräg gedruckt machen. Ihr könnt einen Strich drunter machen. Ihr könnt es durchgestrichen machen. Und ihr könnt es noch, naja, so, naja, ich zeige euch wie es aussieht. Das ist prinzipiell zensiert, aber im Spiel sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Und zwar, ich würde sagen, wir fügen es einmal kurz ein. Denn im Spiel sieht Obfuscated, also dieses zensiert, so aus. Da flimmert dann der Name so komplett crazy. Ja. Und dann gibt es hier auch nochmal eine nette Spielerei. Und zwar Head, Body, Leg und Boost. Das heißt, wir können ihn dann anziehen. Auf Head können wir jedes Item machen. Das heißt, wir können da einen Helm drauf machen. Wir können da einen Skelettkopf drauf machen. Wir können aber auch normale Items drauf machen. Die schweben dann so komisch über dem Kopf. Bei Body, Leg und Boot wird aber nichts angezeigt. Das heißt, wenn ihr dem irgendwie Schuhhosen oder eine Brustplatte anzieht, wird es ihm nicht angezeigt. Das heißt, wenn wir ihm auf dem Kopf einen Skelett-Shadow machen wollen, dann drücken wir einmal auf dieses S und auf Edit Item. Und können dann hier Wither Skeleton Skull machen. Also das Teil hier. Da haben wir einen Wither Skelett-Shadow auf dem Kopf. Und im Spiel sieht es dann halt in etwa so aus. Dem sein Kopf ist auch nicht ein bisschen zu groß dafür. Und das mit der Nase sieht irgendwie leicht schmerzhaft aus. Aber das war es dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, würde es mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Vielen Dank und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut bis dahin und ciao.